Spius, Schweizer, aus der Schweiz, Schweizerland. Sprachen wir vorhin beim Vanuano von Mario Stevens an, achtjährig, junger Kerl, mit schon dieser Schwierigkeit beauftragt, dürfen wir das hier noch einmal wiederholen. Dennoch dieser in Mecklenburg gezogene Carlo Esprit-Nachkomme Courtney Cox ist achtjährig mit Pio Schwitzer. Vielen Dank. Gigantische Stimmung im DER Stimmen. Richtig tolle Stimmung. Und Pio Schwitzer und Courtney Cox holen sich nämlich die Nullrunde. Pius genießt noch den Applaus. Und Pio Schwitzer, der Zweite, der es hier geschafft hat, Strafung frei zu bleiben. Wir haben endlich ein Stechen. Das Springen ist schwer genug, oder? Ja gut, mein Pferd ist erst acht Jahre. Es springt hervorragend. Also sehr, sehr schwer war es auch gestern Nacht. Heute glaube ich, das geht, das Springen. Aber man muss zuerst Null reiten und er ist ein wundervolles Publikum hier. Danke. Danke. Pio Schwitzer, viele Fragen auf die gleichen Flächen. Guck mal. Ich glaube, dass Courtney Cox...